Moin Moin und herzlich willkommen zu deinen Smart Home News am Mittwoch. Heute unter anderem neues Acara Meta Produkt getestet und es gibt ein kleines Aber. Ja, dann zeige ich dir mal kurz, was am Wochenende am Start sein wird, denn es ist schon angekommen. Letztes Mal habe ich das dir gezeigt gehabt. Ein Meta Unterputz Relay und was es kann, das zeige ich dir dann. So wie Olama und das neue Home Assistant und warum Hux und das letzte Release sich gerade nicht ganz so gut vertragen und natürlich mehr. Außerdem sind gerade sieben neue Produkte im Zulauf und auch für den gewünschten Blaupunkt Ring kommt morgen die Messgrößen eben fürs Bestellen. Also Abo hier, lass mir Glocke, damit du eben eine Benachrichtigung bekommst. Übrigens vielen Dank für all die tollen Kommentare. Die haben mich letztens wirklich aufgebaut. Habe ja gerade so einen kleinen Hänger, weil die Aufrufzahlen so ein bisschen im Keller sind. Aber genau für euch mache ich das ja und das ist dann eben die Hauptsache, wenn es euch gefällt. So und jetzt Attacke. So hier wusste ich nicht genau, ob ich das tatsächlich vorstellen möchte, aber ja es ist natürlich Werbung trotzdem natürlich interessant für den einen oder anderen. Ja, Gigaset, wer meine News geschaut hat, ist ja im Moment eben nicht mehr am Start, was Smart Home betrifft. Und jetzt gibt es deswegen 50% eben bei diversen Homematic IP Artikeln. Also kannst du wechseln und kannst natürlich dann entsprechend sparen. Ich packe dir den Link natürlich unten in die Beschreibung. Und dann kommen wir gleich zum nächsten Produkt. Ja, das zweite Meta-Produkt neben dem Tür-Fenster-Sensor. Und ich glaube, du siehst hier gerade gar keinen Unterschied. Einmal Zigbee, einmal Meta. Natürlich ist hinten ein Meta-Logo drauf, allerdings sehr, sehr klein. Aber es gibt es dann auch noch im Datenblatt selber. Ja, und das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Acara. Deswegen vielen Dank. Das heißt, ich konnte es mir jetzt seit zwei Wochen oder so vorher wirklich zu Gemüte führen. Und dann hat es hier im Büro und muss sagen, ja, er funktioniert definitiv, wie er funktionieren soll. Das heißt, du hast die 7 Meter Reichweite. Das dürfte auch hinkommen. Also ähnlich wie bei dem hier, fast 170 Grad. Auch das dürfte ungefähr hinkommen. Soweit alles schön. Ja, und Meta habe ich natürlich getestet. Diesmal mit zwei Sachen, wo ich wenig teste extra. Das heißt, ich habe es einmal bei Google eingebunden. Und da hat es natürlich soweit wunderbar funktioniert. Was willst du bei einem Bewegungsmelder? Das heißt, er detektiert eine Bewegung und irgendwann ist die Bewegung entsprechend wieder weg. Auch wenn du natürlich stehen bleibst und dich nicht bewegst, ist die Bewegung irgendwann weg. Das ist ja kein Radarsensor. Und dann habe ich das noch hinten hier mit der Kugel getestet. Das heißt, ja, Amazons Thread Border Ruder. Mit dem habe ich das dann auch noch getestet. Auch da gar kein Problem. Funktioniert also auch. Und da muss ich sagen, ist das ja durchaus wirklich eine coole Alternative. Ich packe dir auf jeden Fall einen Link unten rein. Und im Moment gibt es auch 15 Prozent da eben bei Amazon. Also von dem her durchaus zu empfehlen. Ich habe noch die andere Variante bei mir eben. Ja, am Treppenaufgang, um dort eben Licht zu schalten etc. Und ja, die Dinger sind eben schön klein. Das ist deswegen ganz cool dafür. Wir schauen nur mal ganz kurz auf die Webseite. Also da ist der Flagship Motion Sensor und zwar mit Meta Support. Und dann gucken wir uns das mal an. Das heißt nativ. Das heißt, du brauchst keine Bridge. Thread Protocol hatte ich gerade erwähnt. Das heißt, du brauchst einen Border Router. Ja, was gibt es sonst noch, dass er einen Lichtsensor hat, wie eben die anderen auch. Dürfte klar sein. 170 Grad, 7 Meter habe ich gerade schon erwähnt gehabt. So, dann Long Life Battery. Das ist auf jeden Fall auch cool. Und zwei Jahre werden angegeben. Ja, wahrscheinlich nicht ganz erreicht. Aber aus Erfahrung kann ich sagen, dass die wirklich sehr, sehr lange halten. Das kommt schon halbwegs hin mit den zwei Jahren. So, und jetzt kommen wir zu einer Sache. Exklusive Features eben mit Acara Home. Und das Ganze hatte ich jetzt gar nicht ganz so auf der Pfanne. Denn, ja, du siehst es. Timeout Sensitivity und so weiter. Die kannst du natürlich so nicht einstellen. So, und was heißt das Ganze jetzt? Naja, du musst ihn halt so nehmen, wie er ist. Ich denke, für die meisten solle das auch passen. Aber, du kennst es vielleicht von der Zigbee Variante. Am Anfang gab es das auch nicht. Da gab es das eben nur mit dem Acara Hub. Und vorher konntest du eben den nicht einstellen. So, das konntest du irgendwann. Ich glaube sogar mit ZA, wenn mich nicht alles täuscht. Und das gibt es eben bei der Meta Variante noch nicht. Das heißt, wenn du ja da irgendwas einstellen möchtest, weil du eben das auch schon von dem anderen kennst, dann hast du jetzt noch ein Problem und musst eben warten, bis dann eben die neue Acara Bridge rausgekommen ist. Die hat dann direkt eben Meta und Thread mit dabei, um eben natürlich das Ganze hier zu supporten. Vorher geht das nicht und das ist eben das kleine Aber. Wie gesagt, gab es bei Zigbee vorher auch. Und bei mir hat er jetzt auch so wunderbar seine Dienste getan. Link, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Und jetzt eine Sache, die viele gar nicht so auf der Pfanne hatten, glaube ich, was das letzte Home Assistant Update betrifft. Nämlich OLAMA. Also AI kannst du entsprechend dann jetzt auch einbinden. Das heißt, es gibt ja verschiedene Modelle diesbezüglich. Und vieles davon kannst du eben auch in Home Assistant nutzen. Ja, was brauchst du dafür? Eigentlich einen potenten Rechner. Aber hast du zum Beispiel eine Windows-Kiste zum Spielen zu Hause mit zum Beispiel einer Nvidia-Grafikkarte, am besten sogar mit 16GB RAM beispielsweise. Das wäre ganz cool. Oder du hast auch ein Mac zu Hause, auch am besten mit 16GB und M1 bis M3 Prozessor. Dann bist du eigentlich ganz gut gerüstet, um sowas entsprechend auszuprobieren. Das heißt, ja, auf deinem entfernten Rechner, da installierst du eben OLAMA und kannst das entsprechend dann nutzen. So, und dann gehst du bei Home Assistant hier, bindest das entsprechend ein, wählst dein Modell aus. So, und dann passiert das ganz automatisch, der Rest. So, und das war's eigentlich schon. Und dann kannst du ganz normal entweder, ja, über Assist sprechen. Das heißt, mit deinem Sprachassistenten einer Wahl auf gut Deutsch. Und das ist doch eine schöne Sache. Hat auf jeden Fall bei mir gut funktioniert und war razzi-fazzi eingebunden. Bei OLAMA selber ist wirklich in Windows oder eben auf Mac innerhalb von, ja, ich sag mal, aller spätestens 10 Minuten installiert. Also, von dem her kann man wirklich schön mit rumspielen. Klar ist das natürlich, wenn so ein Windows-Rechner 300, 400 Watt verbrät, keine Lösung, Dauerlösung. Aber, ja, zum Spielen und einfach mal zum Testen auf jeden Fall eine schöne Sache. Und ansonsten, ja, es gibt natürlich Hardware, die da drauf läuft, die eben nicht ganz so stromhungig ist. Aber die kostet natürlich entsprechend im Moment noch Geld. Das heißt, ja, was entsprechend Smart Home betrifft, sind wir da noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber auch das wird nach und nach kommen, gehe ich von aus. So, und jetzt kommen wir dann eben zur zweiten, etwas schlechteren Nachricht, was eben das letzte Home Assistant Release betrifft. Denn viele von euch da draußen nutzen Alarmo, das heißt eine Alarmanlage eben für Home Assistant, um eben Türfenster, Sensoren oder Bewegungsmelder und so weiter und sofort einzubinden und darüber eine kleine Alarmanlage laufen zu lassen. Ja, mit dem letzten Update, was natürlich auch nochmal Geschwindigkeitszuwachs bedeutet hat, aber auch andere Dinge, ist es jetzt tatsächlich so, dass Alarmo zu crashen scheint. Ich kann das Update im Moment nicht fahren. Der ein oder andere Zuschauer weiß es. Ja, mein Server ist gerade ein bisschen defekt und ich muss jetzt endlich mal umziehen. Das kommt ja demnächst auch und deswegen mache ich gerade auch dieses Update nicht mehr. Deswegen habe ich das nicht mitbekommen. Also dazu auf jeden Fall, wie gesagt, aufpassen. Ja, wenn du natürlich schon betroffen bist, schreib mal sehr, sehr gerne unten rein, wie es bei dir aussieht. Überhaupt scheinen im Moment eben einige Dinge im Home Assistant Community Store problematisch zu sein. Ja, das liegt wohl eben daran, dass eben das Ganze jetzt schneller geworden ist und es da zu Probleme kommen kann. Aber auch das wird im Home Assistant Community Store ja immer schön gesagt. Experimentelle Features, andere Features. Man kann eben da Probleme kriegen. Ja, ich würde für den Anfänger wirklich immer sagen, nutzt, wenn denn überhaupt nur einzelne Produkte aus dem Community Store. Aber ansonsten sind die anderen natürlich, die eben nativ eingebunden sind, auf jeden Fall stabiler. Und dann die nächste News, was SwitchBot betrifft. Die meisten Produkte sind ja dort eben Bluetooth, aber natürlich nicht alle. Es gibt ja auch mittlerweile Staubsauger, Roboter und natürlich noch vieles, vieles mehr. Auf jeden Fall, wenn du diesen Hub 2 zu Hause hast, geht darüber natürlich auch das Matter-Protokoll. Das Ding, wie du ja siehst, kann eben auch noch Temperatur und Luftfeuchte und agiert natürlich als Bridge, als Matter-Bridge. Und das Gute ist, dass jetzt wirklich fast alle Produkte eben von SwitchBot mittlerweile damit auch funktionieren. Also das ist auf jeden Fall eine schöne News für alle, die die eben entsprechend SwitchBot nutzen. So, dann möchte ich nochmal ganz kurz auf Nuki hinweisen und eben ab Matter 1.2, da war ja Nuki eben maßgeblich beteiligt, dass das Ganze eben reinkommt, weil es eben über den Teich nicht gekannt wird. Nämlich hier eben, ja, diese drei Zustände, aufsperren, zusperren und Tür öffnen. Ja, und die Unterscheidung zwischen aufsperren und Tür öffnen, die war eben vorher einfach nicht gegeben, weil es gibt eben dort keinen Knauf, wie eben bei uns. Und ja, da war eben Nuki mit dabei und hat eben mit Erfolg, wie es ihr da steht, das Ganze in den Matter-Standard 1.2 übernehmen können. Das heißt, das ist dann jetzt halt definitiv auch dabei, wenn es denn, ja, entsprechend unterstützt werden würde. Denn das eben macht im Moment leider nur Home Assistant. Home Assistant ist, was das betrifft, ja sowieso immer relativ up-to-date, was eben Matter betrifft. Ja, etwas hinterherhinken tut er ja leider im Moment. Amazon, Apple ist eigentlich auch noch relativ up-to-date meistens. Ist natürlich hier auch ein bisschen schade. Ich hoffe, die Hersteller geben hier auch noch ein bisschen Gas. So, du hast ein Roku-TV zu Hause, na dann herzlichen Glückwunsch, denn es ist ein Patent aufgetaucht und da wollen sie jetzt einfach hergehen und mal schauen, wie man noch mehr Werbung da irgendwie hinkriegt. Ein Beispiel gefällig, du drückst eine Pause, weil du gerade irgendwas machen willst, schaust eben einen Film und das zum Beispiel mit deinem Apple-TV, damit du eben wenig Werbung kriegst. Deswegen habe auch ich den gekauft. Da gibt es im Moment halt am allerwenigsten Werbung. Jetzt ist es aber so, dass der TV das natürlich dann mitkriegen soll. Aha, läuft der Film gerade nicht und dann kann ich doch hier schnell meine Werbung einblenden. Ist ja eine tolle Sache, oder? Also gut, wenn ich natürlich gerade eine Pipi-Pause mache, sollte mir das eigentlich egal sein. Aber ja, da ist was anderes, wo ich irgendwie so ein bisschen rot sehe. Was passiert denn, wenn das nicht hundertprozentig funktioniert und dann inzwischen zeitlich eine Werbung eingebunden wird? Also ich weiß nicht, ob Roku sich dann gefallen tut, aber es wird ja immer mehr irgendwie doch versucht, auch bei den Streaming-Diensten eben Werbung mit einzublenden. Ja, schreib mal sehr gerne unten rein, wie du die Entwicklung siehst. So, dann habe ich hier noch was für alle, die LG haben und damit WebOS. Da ist nämlich eine Schwachstelle, oder naja, soll ich sagen, mehrere Schwachstellen, die jetzt da sind, wie du hier siehst. Also mach bitte unbedingt ein Update, nicht, dass irgendwann dein IoT-Netzwerk oder so entsprechend dann gekabert wird. Das wäre natürlich nicht so schön. Also nochmal, auf jeden Fall Updates machen. Ja, vor allen Dingen WebOS, es gibt es eben Services auf diesen Ports. Normalerweise sollte hoffentlich ja deine Firewall da geschlossen sein, aber trotzdem, mach gerne das Update. So, und dann habe ich hier eben noch neue Updates der FRITZ! Produkte, das Smart Gateway. Das ist schön, denn jetzt gibt es Bewegungsmelder und Wassermelder, die unterstützt werden. Das heißt, hier geht es so richtig voran. Ja, und natürlich auch sonst noch ein paar Verbesserungen und auch Sachen, die behoben wurden. Sonderzeichen, die Produktnamen, das wäre natürlich übel, wenn das dann abstürzen würde. Und zum Beispiel auch hier Mehrfachtaster von Ikea, eben eine fehlerhafte Übermittlung. Das wurde auch entsprechend gefixt. Also schon mal gar nicht so schlecht, das Ganze hier. Na, was sagst du dazu? Soll ich vielleicht mal wirklich ein Video machen, wo ich mal ein komplettes Smart Home damit aufsetze? und einfach mal gucken, was man denn damit jetzt halt wirklich machen kann? Schreib mal sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ja, ansonsten vielen, vielen Dank schon mal fürs Zusehen. Ja, wie gesagt, es wird am Wochenende dann ja eine Sache geben. Da freue ich mich dann auch drauf, denn dann werde ich hier nämlich das Teil testen. Und ja, wie du siehst, es hat ungefähr die gleiche Größe wie hier zum Beispiel dieser Shelly Dimmer, den ich gerade hier liegen hatte. Nur ein kleines bisschen dicker ist es noch, aber soweit alles cool. Meta-Gerät, ja, Innovation Matters. Ich freue mich, wenn hoffentlich die Firma auch tatsächlich noch mehr Produkte macht. Das am Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Jörg. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020